Ihr müsst halt auch bedenken, so Emotes sind sehr, 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 sehr klein. Ich glaube nicht, dass man da Brot mit Spiegei drauf erkennen kann, weißt du, wie ich meine? Hallo Sunny, ein wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück. Wie geht's dir heute, meine Liebe? Baxi Malone ist auch mit wieder am Start. Hallöchen, moin. Ja, alter, der Elbtunnel, vielleicht ist das auch Hamburg, wo wir hier gerade hinfahren, aber ich glaube, da ist kein Gewässer drunter, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Tempomat wäre halt auch richtig Zucker, naja. Tempomat wäre auch richtig gut. So, wir fahren hier einmal ab. Da müssen wir oben über die Brücke drüber, siehst du das? Da, wo der Transporter der Weiße rüberfährt. Und das ist die Route, die wir auch nehmen werden. Sunny, bei mir ist alles super, ne? Ich habe mir zwar übel Hunger bekommen, weil wir uns die ganze Zeit über Frühstück unterhalten, aber ansonsten geht's mir echt gut. Dankeschön. Ich hoffe, dir auch. Hast du Urlaub, Ferien, oder? Darfst du auch noch knechten, so wie ich. Ich muss heute wieder arbeiten. Ich hoffe, ich kann heute früh Feierabend machen, weil ich noch zum Ikea muss. Alter, guck mal hier. Da ist die Straße gesperrt, Leute. Was ist da los? Vielleicht gibt's doch noch nach, äh, früh oder später noch eine Map-Erweiterung. Wäre ja wünschenswert, ne? Umso größer die Map, umso, oh mein Gott. Ich glaube, wir sind falschrum auf die Autobahn drauf. Wir müssen hier irgendwie, ach du Scheiße. Wir sind eins zu früh abgebogen, Leute. Oh, oh, oh. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's kompliziert. Die Poller hier nicht umfahren. Elternzeit, sehr schön. Ja, das ist doch mal eine tolle Sache, oder? Ei, 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 ei. Kannst du jeden Tag Frühfeierabend machen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Schön wär's. Schön wär's. Traum wär's natürlich, die Arbeitszeiten sich selbst einzurichten, ne? Wenn ich Vollzeit-Streamer wäre, was nicht erreichbar ist für mich, aber wenn ich einer wäre, ich glaube, ich würde Morning-Streams machen. Ich würde morgens früh um sieben anfangen, wie immer. Dann würde ich so ganz entspannt streamen, so bis 14 Uhr. Und dann... Feierabend. Ich glaube, ich würde gar nicht abends streamen wollen. Weiß ich nicht. Ich bin abends immer so matschig, weißt du, so durch irgendwie. Keine Ahnung. Geh schlaucht. Am Ende. So. Alter, was gibt's hier denn für Maschinen? Hier ist ein Landwirtschaftsunternehmen. Glas könnte das sein, ne? Glas ist auch so grün. Hat eigentlich von euch schon einer den Landwirtschaftssimulator 22 gespielt, Leute? Wir müssen hier natürlich jetzt den Anhänger drauf fixieren. Ach, guck mal einer an. Oh, Frachtbeschädigung, neun Cent. Und wie findst du den? Spielt ihr den mit oder ohne Mods? Ja, hab ich. Habt ihr alle, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Wo habt ihr alle diesen Landwirtschaftssimulator her? Erstmal ein bisschen was trinken. Fein ist auch. Krass. Bin mir noch unschlüssig, ob ich mir die kaufen will, weil, ähm, ich glaub, das ist mir zu langweilig, ne? Ich spiel ja gerne eine Simulation. Aber die ganze Zeit übers Feld so rasen und pflügen, dann nochmal drüber kuppern, dann nochmal drüber, ähm, äh, nochmal düngen, dann nochmal drüber irgendwie spritzen oder nochmal drüber ernten und dann, oh, also ich weiß, ich glaub, das ist natürlich, das ist so hart, oder? Hat mich nicht so sehr abgeholt, Feines. Was sagen die anderen dazu? Guck mal, die meisten spielen das alles mit Mods. Wir haben rund 25 Mods. Ja, das ist die Frage, macht das dann überhaupt noch Sinn, das Spiel zu spielen überhaupt, ne? Ich kenn auch, äh, Server, da ist ja, die sind ja so krass gemoddet, da machst du ja gar nichts mehr. Da hat jeder seine, was weiß ich, seine paar Millionen auf dem Konto, da ist auch der Reiz dann irgendwie weg, oder? So, Leute, wir haben die Fracht erfolgreich abgegeben, wir haben wieder drei Sterne bekommen, obwohl die Fracht beschädigt war, ja gut. Ja, da meckere ich natürlich nicht, ne? Oh, 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 hier ist es noch der Anhänger. Ai, 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 wir müssen mal schauen. Ah, der, der, jetzt haben wir natürlich Kratzer im Lack, ne? Ah, das ist jetzt gerade ganz doof. So. Komm, wir fahren hier, wir fahren einfach andersrum raus. Oh, boy. Ich glaube, wir hatten gerade einen kleinen Zusammenstoß. Ja, ist schwer einzuschätzen, wie groß diese Hütte hier ist, ne? Hier ist aber keine Spedition, also hier war wirklich nur ein Ablieferpunkt, hier können wir jetzt keine neue Ware aufnehmen. Gegenüber ist noch eine Schranke, eventuell können wir da mal drauf fahren, aber da ist auch nichts, glaube ich. Hm, ich gucke mal kurz auf die Map, wo haben wir denn was? Ach, da ist doch was. Nehmen wir uns ist irgendwo was. Ach, das ist ein Gelände weiter. Okay, alles klar, pass mal auf, wir fahren jetzt erstmal hier rechts raus. So, vorschriftenmäßig geblunken. Hier, hier dieses große Anwesen, ne? Wahrscheinliche Chemiefirma, wir sind hier bei Bayer, wir werden eine Roundup transportieren. Bin sehr gespannt. Braucht halt eine starke und lustige Truppe, alleine ist es fade. Oh mein Gott, ich kann hier gar nicht langfahren, oder? Eieieiei, wo bin ich denn schon wieder hier? Wir fahren hier auf der Terrasse rum, normalerweise werden hier Betriebsgrillfeste gefeiert. Zum Glück sind die alle, alle gerade am Arbeiten. So, was haben wir denn hier schönes? Also, ja, kein Pornoauftrag, ich sehe hier einen Auftrag mit 6000 Flocken, allerdings ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr schlecht. Das heißt, wir bekommen nur 800 Credits pro Kilometer. Das oben sieht schon ein bisschen besser aus, da bekommen wir über 1000 Credits pro Kilometer. Aber nur 5000, wir werden es trotzdem nehmen. Wir fahren damit, ne? Wir fahren damit. Wie viel Kohle haben wir? 31.000. Aber wir müssen noch, wir müssen noch ein paar Touren machen, wir müssen noch richtig sparen, Leute. Also, das kennen wir ja alle schon. So, einmal aufladen. Eieiei, vorsichtig, ich gerade sagte, ganz, achte, ganz ruhig. Hoch. Und jetzt rein. Oh, scheiße. Okay, okay, das ist fast ins Auge gegangen, Leute. Aber ich habe das natürlich hier professionell gelöst, ne? Es ist nichts beschädigt. Ich weiß gar nicht, ist das zerbrechliche Fracht wieder? Habe ich jetzt gar nicht so geguckt auf dem Auftrag, ehrlich gesagt? Glaube nicht, oder? Glaube nicht. Nicht so viel von gestern gelernt. Hä, natürlich. Gestern war ja absolute Katastrophe. Wir haben gestern Vormittag den Gabi-Stapler... Äh, gestern Vormittag, frühmorgens den Gabi-Stapler-Simulator gespielt. Äh, wie hieß denn der nochmal? Irgendwie Forklift-Operator. Auf YouTube gibt es da übrigens eine kurze Zusammenfassung von 5 Minuten, wenn ihr da Bock drauf habt. Gerne angucken und Like da lassen. Hilft mir sehr, sehr weiter. Und da sind uns so ein, zwei Missgeschicke passiert. Also, das war aber ein gutes Training. Auf jeden Fall, um das hier alles zu meistern, ne? Das muss man schon so sagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich mache das ja super hier. Vier Packstücke, Eis am anderen. Bam, 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 bam. Ah, das hat jetzt noch nicht gepasst. Nochmal zurücksetzen. Du hast doch gestern so toll geübt. Also, ich finde, ich mache das eigentlich ganz gut hier, oder? Ich treffe halt das Loch nicht. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. So. Jetzt aber, jetzt müsste es gut passen. Sehr schön. Ich nehme mal hoch. Noch ein bisschen höher. Und jetzt drauf. Und jetzt drauf. Ganz vorsichtig, ganz sachte. Oh, da passt irgendwas noch nicht, oder? Okay, jetzt aber. Man darf es auch nicht zu weit runterdrücken, sonst kommt oben der Kern hoch. Scheiße. Oha. Ich wollte mal gucken, was passiert. So. Wache ist professionell eingeladen und verladen. Sehr gut. Gehen wir mal wieder in die Cockpit. Wo ist mein Rückspiegel? So. Motor anmachen. Ich glaube, wir brauchen auch wieder Licht, weil es wird dunkel. Tja. Vielleicht schaffen wir es auch nur mit dem... Ja, das schaffen wir nicht nur mit dem Rückspiegel, oder? Wo ist denn? Wo ist denn überhaupt? Ich sehe das gar nicht. Hier müsste das sein, ne? Wo ist denn der Anhänger? Ist das der? Ne. Ich sehe den Anhänger gar nicht. Oh, doch. Doch, das ist der Anhänger. Das ist der Anhänger. Ei, 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 ei. Sehr gut. Ist angekoppelt. Perfekt. Hallöchen, ähm... Illusive Savage. Ist das richtig ausgesprochen? Hallöchen. Ja, es wird französisch heute. Es wird französisch heute. Ist auf jeden Fall ein französischer Ausdruck, oder? Diesmal fahren wir nicht über die Terrasse. Wir fahren hinten rum. Ich habe auch schon gesehen, wenn man so einen großen LKW hat, dann muss man tatsächlich in diese Lagerhallen rein, was eigentlich ziemlich nice ist. Mit dem Gabelstapler. Aber es fehlt noch ein bisschen. Ich bin am überlegen, ob wir uns wirklich den günstigsten Truck holen. Aber ehrlich gesagt, ich würde mir... Am liebsten würde ich mir den teuersten gleich holen, ne? Gleich den teuersten und größten, diesen amerikanischen Ableger. Oh mein Gott! Och, da kriege ich gleich Herzchen. Och, das ist ja süß von dir. Dankeschön. Oh, scheiße. Jetzt kommen wir hier nicht raus, ne? Wir müssen einfach uns hier unser Recht auf der Straße erkämpfen. Was ist denn hier los? Fahr! Wir haben ein kleines Verkehrsproblemchen. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, hier die Autos anzuschieben. Ne, was machen wir denn? Ich blockiere hier die Straße nicht. Ich? Wieso ich denn? Das sieht doch alles gut aus hier. Die können doch da vorbeifahren, oder was? Ich blockiere die Straße! Dann müssen wir hier runterfahren. Dann versuchen wir es mal. Reicht das schon? Ach komm, jetzt fahr doch, Leute. So, guck mal hier, das passt noch alles. Machen wir da mal keine Schramme rein. Ja, fahr doch da vorbei, du Lümmel! So, jetzt. Jetzt entstaut sich alles. Hier, ich habe das professionell gelöst. Rückwärts. Bist du verrückt? Jetzt fährt der hier nicht, weil... Okay, jetzt kannst du aber... Jetzt fahr. Fahr los jetzt. Komm! Gut, ja, dann müssen wir halt vorne durch, ne? Bringt ja nix. Du Scheiße. Du ahnst es nicht. Wir hängen irgendwo, glaube ich. Ja, das passt alles, oder? Das passt alles? Oh mein Gott! So schnell weg hier, Leute. Schnell weg hier. Oh, wir hätten da, glaube ich, abfahren müssen. Egal, wir fahren den anderen Weg. Wir fahren den anderen Weg. Junge, Junge, die fahren aber wieder wie die Kaputten hier, ne? Hier ist... Also, das ist wirklich hier. Das Gesetz des Stärkeren auf der Straße. Das ist ja ungeheuerlich. Guten Morgen, Schokokater. Hallöchen! Hallo, Schmetterling. Moin, wie geht's? Oh, guck, dass hier nicht wieder einer hier uns die Straße blockiert, Leute. Maschallah, Bruder. Ich küsse deinen Kaffeebecher. Moin, mein Lieber. Grüß dich. Herzlich willkommen. So, dann gehen wir hier einmal rüber. Dann hier einmal rein. Naja, wir müssen auf die Autobahn, ne? So ist es nicht. Wie geht's? Guck mal, Alex Tour ist auch mit am Stiesel. Guten Morgen. Ein Wunderschön. Grüß dich. Wahrscheinlich aus der Eurotruck-Simulator-Community, oder? Alex, wie geht's? Wenn man schon Tour im Namen hat, dann geht's auch bestimmt um Frachtwaren-Touren, oder? Ja, wir spielen was anderes. Wir spielen kein Eurotruck-Simulator. Wir spielen tatsächlich den Truck and Logistics Simulator. Wollt ihn eigentlich überholen, aber jetzt gibt er da richtig Stoff hier. Ah, es geht schon. Ach, weißt du, mit so einem Sprinter, da bist du halt auch richtig schnell unterwegs, ne? Das ist schon... Das ist schon... Und Sprinter ist schon eine feine Sache. Hier fiel mir auch so ein bisschen die Leitplanken hier. Wenn das hier wirklich eine Autobahn ist, mein lieber Herr Gesagsverein hier, du... Oh, ich bremse mal lieber doch ein bisschen ab. Ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Ah, der wird jetzt hier draufziehen, ne? Oder wartet der? Warte, 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 warte! Ich hab doch Vorfahr... Taxifahrer, ne? Die Taxifahrer machen, was sie wollen. Der Name kommt von deinem Beruf? Ach, was? Bist du professioneller Tour de France-Fahrer? Bist du Franzose? Fahrradfahrer? Was machst du auf der Natur? Taxifahrer? Der Anhänger fliegt hinterher. Na, da fliegt nix. Das ist alles hier. Das ist alles vernünftig. Das muss so sein. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Tankstellen und Reparaturwerkstätten hier. Berufskraftfahrer? Ah, okay, okay, okay. Ja gut, da kann ich natürlich nicht mithalten, ne? Hier mit meinem kleinen Sprinter. Das ist ja kein Sprinter. Wir fahren ja ein MAN. Was auch immer das für ein Modell ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wir fahren ja jetzt hier keinen Sattelschlepper oder sowas. Noch nicht. Der Plan ist natürlich, sich eine goldene Nase zu verdienen, um genau sowas zu kaufen. Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen, Leute. Das dauert noch. Ein kleines Augenblickchen. Du wartest jetzt aber, oder? Ja gut, er hat eine eigene Spur. Das ist in Ordnung. So. Kann ich den überholen? Ah, okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Junge, Junge. Also bei... Oh, Alter, was machst du? Alter, bremst der runter auf 30? Ah, ja, 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 ja. Naja, so schnell kann ich jetzt nicht wieder anziehen. That was really close. Alter, aber richtig close. Leute. Ich hatte mal einen Lenker, das ist richtig. Und hallo, Deuys, Bellorum. Grüße ich. Hallöchen, herzlich willkommen. Ah, ja, 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 ja. Kannst du auch nicht so abprobieren. Abbremse auf der Autobahn. Vielleicht war da irgendwie ein Kaninchen oder sowas. Keine Ahnung. Der Bremse hat für Tiere. Sehr gefährlich, ne? Sehr gefährlich. Bin einfach ganz entspannt hier hinterher fahren. Könnte auch sein, dass es vielleicht die Niederlande ist bei so viel Wasser. Obwohl, die Niederlande hat, glaube ich, nicht so viele Berge. Da ist es nicht so hügelig wie hier. Ist schon schön. Ach, guck mal. Man kann hier hinten sogar die Karton sehen. Wir haben gerade noch eingeladen. Bremse war echt so auf der Autobahn. Ich glaube, da würde uns die Ware hier ganz schön, äh, ganz schön zu schaffen machen, ne? Wahrscheinlich würden wir uns überschlagen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn man so krass bremst. Aber musst du machen. Was willst du? Also, die Alternative ist, den Typen mal hinten drauf zu fahren. Das geht natürlich nicht, ne? Hinten drauf fahren ist keine Option. So, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, kann ich euch nicht sagen. Die häufig gestellten Fragen hier bei diesem Spiel sind, A, kann man Fahrer einstellen, die für einen fahren? Antwort ist nein, noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es kommt. Und die zweithäufigste Frage, ist das Spiel Lenkrad kompatibel? Keine Ahnung, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich glaube, ja. In den Optionen lässt sich sowas andeuten. Und zwar bei Steuerung hat man hier, warte mal, Controller-Belegung. Na, warte mal, wo war das denn hier? Ein Augenblick. So, wir gehen mal zu den Optionen. Es gibt hier den Auswahlpunkt Lenkrad. Also, den gibt es auf jeden Fall. Aber wie das funktioniert, ob das mit jedem Lenkrad funktioniert, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer ist so mit dem TGE? Ich weiß, Alex, ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Wir können mal kurz reingucken, vielleicht kannst du mir das erzählen. Müssen wir jetzt aber gucken, dass wir hier nicht, warte mal. So, ich zeige dir mal das Prachtstück. Wir bleiben hier einfach mal stehen, ne? Baublinke aus. So, so sieht es aus. Eine Typenbezeichnung habe ich da jetzt nicht gesehen. Steht nur MAN drauf, ne? Steht nur MAN drauf. Ja. Kann alles sein, ne? Es kann alles sein. Ja, das ist einer. Okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gehen wir mal wieder ins Cockpit rein. Haben wir diese Frage auch geklärt? MAN, TGE. So, ab rein hier. Okay. Wir müssen hier einmal rum. Ah, ich weiß gar nicht, wer hier Vorfahrt hat, ne? Ich glaube, die. Wir lassen die einfach mal. Ah, danke. Das ist nett. Dankeschön. Nice. Ja, sehr vorsichtige Fahrer hier, ne? Vorausschauend. Oh mein Gott, wo muss ich denn? Muss ich hier irgendwo? Äh, ich glaube, ich muss hier reinfahren. Ei, 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 ei. Also ohne Navigationssystem wäre hier völlig aufgeschwissen, ne? So, mach mal auf hier. Ach hier, jetzt sind wir im Hafen. Guck mal. Da steht zwar ein M1 drauf, ist aber auch ein M1 drin. Mit einem N. So. Müssen wir rückwärts einparken wahrscheinlich. Weiß nicht, ob ich das System austricksen kann. Es muss auf jeden Fall der Hänger draufstehen. So, warte mal. Ach, guck mal, so funktioniert es auch. Ja. Rückwärts fahren und ich, wir sind keine Freunde, ne? Das ist wie Hund und Katze. Das wird nix, Leute. Das ist nicht so gut. Okay. Wir sind fertig mit dem Umzug. Äh, bei mir würden noch Monate... Ja, ja, gut, Kisten stehen ja auch noch. Wir haben im Wohnzimmer noch ganz viele Kisten gestapelt, weil, äh, wir haben noch keine Wohnwand, ne? Uns fehlt noch eine Wohnwand, dass wir so Aktenordner einsortieren können und so ein Kleingram und so. Also wir haben noch sehr, sehr viel. Alex, ach, das ist ja zuckersüß. Dankeschön für den Follow. Sehr, sehr freundlich. Danke sehr. So, Grundeinkommen. Wir haben insgesamt gemacht 5.625. So. Und wir nehmen natürlich gleich den nächsten Auftrag an. Wir müssen noch aufpassen. Obwohl wir diesen Anhänger abgeliefert haben, ist er natürlich immer noch hinter uns, ne? Der liegt uns noch im Nacken. Das war denen nicht aus Versehen jetzt hier um Möller. Da ist er. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Gut. Und, äh, warte mal. Ist das eine Fähre? Ne. Also Fähren gibt es ja, glaube ich, nicht. Wir nehmen die nächsten Auftrag an, meine Damen und Herren. Was haben wir hier? 5.000, 4.000, 2.000, 1.000. Oh, alles richtig mickrige Aufträge, ne? Wir nehmen den ersten. Ich glaube, wir nehmen wieder den ersten. Wir werden wieder mit Anhänger fahren. Distanz 800 Meter, ja, das ist aber wenig. Wir fahren wieder mit Anhänger, mit fragiler Fracht. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nichts kaputt machen. Wir könnten natürlich auch mal so ein Ding mitnehmen, aber das bringt uns nichts, ne? Wir nehmen das Ding mit. Wir nehmen das Ding mit. So. Das heißt, wir müssen aber jetzt auch wieder, Oh, Leck des Todes. Wir müssen jetzt aber auch wieder hier unser M-A-N-T-G-E, oder wie der Ding heißt. Müssen wir natürlich jetzt wieder beladen, ne? Wir haben hier wieder unsere Euro-Paletten. Ihr kennt das Spiel ja schon, ne? Ihr kennt das Spiel ja schon. So, fahren wir mal rein hier. Huch. Oh, oh, oh. Alter, oh mein Gott. Ist das jetzt schon beschädigt? Guck mal. Das ist oben so ein bisschen wellig jetzt auf einmal. Ei, 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 ei. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht, oder? Im echten Leben schlechte Preise. Ich glaube, das ist schon richtig, richtig viel Kohle. Für sieben Kilometer fahren 5000 Flocken. Das kriegst du, glaube ich, nirgends, ne? Ich glaube, das kriegst du nirgends. 19 Euro müsste das kosten. Auf Steam. Hallo, ich war ja, grüße ich. Hallöchen. Oh, den haben wir nicht, glaube ich, nicht richtig, ne? Wir müssen noch mal ein bisschen, so, okay, alles klar. Jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig rein. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier so ein 16-Tonner haben oder sowas. Das wird dann wahrscheinlich eine längere Operation, die Karre einzuladen. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Sattelschlepper, ne? Dafür brauchen wir erstmal einen Sattelschlepper. Wie kann man jeden Morgen so gut gelaunt sein? Irgendwas mache ich falsch. Ach, das ist nicht so schlimm. Das sind die Drogen. Ich pumpe mich ja hier regelmäßig voll mit Bluthochdruck-Tabletten. Ich habe das Gefühl, das wirkt sich irgendwie auf meine Verfassung auf. Aus. Im positiven Sinne. So. Das müssen wir noch mal ganz kurz mitnehmen hier. Ei, 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 ei. Das kommt jetzt natürlich auf den Anhänger. Warum passt das denn nicht? Alter, wir sind ja richtig daneben gemöllert. So, nochmal. Vorsichtig, vorsichtig. Ganz zärtlich rein. Ganz langsam. So, oh, das war ein bisschen zu schnell. Nicht, dass hier einen Palettenbrand gleich gibt. Wegen der Reibung, ne? An dem Holz und sowas. Mit dem Spieß. Oh, das alte Tropenholz. Dann hier einmal draufladen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nehme ich die falschen. Ach, Mensch. Ja, das ist natürlich doof. Könntest du bei unserer Spedition anfangen? So kaputt kommen die Paletten bei uns auch immer an. Ja, siehst du. Ja, siehst du, Rufen. Das ist doch super. Wenn ihr noch einen Job frei habt. Warum nicht? So. Dann nehmen wir das noch mal mit hier. Klausi ist am Stüssel. Ganz arg. Ganz vorsichtig rein tun. Sehr gut. Das Ding ist halt, der Lenkhebel ist derselbe Hebel, mit dem ich das Ding hier hoch und runter hebe. Okay. Okay, sauber. Easy. So, jetzt müssen wir es noch mal andocken kurz. So. Okay, Leute. Es geht los. Motor anmachen. Licht brauchen wir erstmal nicht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo steht denn der Anhänger? Ach, da hinten. Eieiei. Wir müssen uns erstmal ausrichten, ne? Ja, ich weiß. Das macht man nicht. Vier Kilometer wegfahren, um dann vernünftig reinzukoppeln. Reinzukoppeln. Aber wir machen das, ne? Ich habe hier eine schöne Rückfahrkamera auf Navigationsgerät. Ja, das ist das teure Modell, was ich mir gekauft habe hier. Oh mein Gott. Langsam. Langsam. Ankoppeln. Okay, wir haben gekoppelt, Leute. Die Reise beginnt, ne? Die Reise beginnt jetzt. Wie kommen wir hier raus überhaupt? Ich glaube, hinten so rum. Irgendwie. Nah lang. Denke ich mal. Mit Rückfahrkamera. Ich werde nicht mehr. Natürlich. Was denkst du denn? Wir sind doch hier nicht bei armen Leuten. Was meinst du, wie teuer der Kern war hier? Wir haben dafür... Wie viel haben wir überhaupt ausgegeben? Ich glaube, 29.000 oder 28.500. Irgendwie so war es. Ja, das sind natürlich Investitionen in Komfort. Hier habe ich mir so konfiguriert, ne? Also, hier müssen wir raus. Okay, jetzt müssen wir hier rum. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich nehme denen einfach die Vorfahrt. Ich glaube, weißt du, ich sehe immer wieder Autos, die das so machen, weil ansonsten kommt du ja hier auch nicht raus. Wir warten noch mal kurz. So. Man muss halt auch mal frech sein, ne? Man muss halt auch mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hast du gerade gesehen im Seitenspiegel. Da war so ein roter Käfer oder sowas. Chandra, dafür musst du dich doch nicht abmelden. Wir sind doch hier nicht in der Schule. Viel Spaß aufs Klöchen. Hände waschen nicht vergessen, ne? So. Ich weiß nicht, ob die Ware wirklich kaputt ist oder ob die vorher so aussah. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht war die vorher auch schon so zerknautschen. Der könnte sein. Könnte sein. Weiß ich nicht. So. Oh Gott. In zehn Jahren haben wir dann autonomes Fahren. Das habe ich auch schon gesagt vorhin. Dann macht das, glaube ich, gar keinen Spaß mehr, ne? So ein Truck-Simulator. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug Kohle, um uns zumindestens mal den günstigsten kaufen zu können, oder? Eieieieiei, wie die hier langbrettern, Leute. Aber auch auf die rechte Spur lieber wieder rüber. Eieieieiei. Ja, das einzig, was ich nicht habe, dafür hat das Budget nicht mehr ausgereicht. Das Tempomat. Eieieiei, was willst du machen, ne? Bringt ja nix. Ziel eingeben und warten. Das macht ja dann keinen Spaß mehr, glaube ich, oder? Vielleicht würde ich das dann so in, ähm, einfach nur so, äh, in Management-Simulation so umformieren, weißt du? So. Ja gut, oder? Es werden dann sogenannte Retro-Games. Das kann natürlich auch sein. Es gibt ja heute auch Games, die so angelehnt sind. Am Mittelalter, Elden Ring oder so. Am Fantasy. Weiß ja nicht, dass das dann komplett authentisch sein muss, ne? Wenn irgendwann das autonome Fahren bei uns Einzug hält. So, hier muss ich auch raus. Gefährliche Kreuzung voraus. Gefährliche Kreuzung voraus. Es gibt übrigens ein Audi oder so, was? Könnte auch ein BMW sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, den man sich ja auch kaufen kann. Also ein ganz normales Straßenfahrzeug. Ich glaube, das ist wirklich nur dafür da, um hier private Touren zu machen. Ich hab Vorfahrt! Frech. Das ist einfach nur frech. Ja, hier müssen wir rum. Die Bremsen quietschen natürlich hart, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, der TÜV ist abgelaufen jetzt schon seit einer Weile. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Hat der geblinkt überhaupt? Ich glaube, der hat auch nicht mal den Blinker gesetzt, oder? Oh, hier rum. Ich glaube, die blinken hier nicht. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Sicher, gerade. Der neue Retro-Trag-Simulator mit manueller Schaltung. Es gab mal drei Pedalen im Auto. Ja, lang ist ja. Ja, wir fahren hier rüber jetzt. Hier, komm. Bringt nix. Wir sind zu langsam. Der Zug des Wagens ist echt da gut. Wir sind voll beladen, ne? Der zieht sehr, sehr schlecht gerade. Ja, was würde ich mir noch wünschen in dem Spiel? Blitzer würde ich mir wünschen. Mehr Abwechslung. Größere Map. Mehr Autos. Und vor allen Dingen auch irgendwie so ein Wirtschaftssystem. Ja, man kann Geld verdienen. Aber aktuell kann man halt davon nur neue Autos kaufen, ne? Wenn man die Autos alle hat. Oh mein Gott! Was stimmt denn nicht mit dem Blink-Doch-Druck? Junge, Junge, Junge. Dann würde ich mir auch wünschen, dass man sieht, was man transportiert. Das ist leider auch noch nicht drauf. Also man sieht immer nur, okay, die Ware ist zerbrechlich. Aber was da drin ist, das würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Ja, manchmal Spackgas. Das geht nicht immer. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Macht das nicht zu laut, Leute. Oh, hier müssen wir einmal rum. Kommt kein Auto. Ah, jetzt haben wir wieder die Serpentine hier, die wir hochdüsen müssen. Ich blinke immer. Ständig. Natürlich. Thierry, also. Ich blinke nicht, sagt er. Das gibt's doch gar nicht. Natürlich, selbstverständlich. Ich bin nur am Blinken hier. Ja, das ist natürlich eine extreme Steigung. Da fehlt mir auch noch so ein Steigungsschild. Aber ich glaube, es kommt bald ein neuer großer Patch, wurde angekündigt. Wahrscheinlich BMW-Fahrer, die blinken selten. Ich fahr Toyota. Ich bin Toyota-Fahrer. Welche Transporter gibt es da noch? Das sage ich dir gleich, Ossi. Sobald wir angekommen sind bei unserer Reise, fahren wir. Gehen wir mal in die Garage und gucken mal. Alter, wer stapelt denn so die Container? Oh mein Gott. Ich wollte nur kurz gucken. Es gibt nicht so viele Fahrzeuge. Also es gibt LKWs, große Sattelschlepper. Dann gibt es Pickups. Es gibt... Ja, was gibt's denn noch? Es gibt so, äh... Wie heißen die denn? So Pritschen heißen die, glaube ich. So Pritschenwagen. Es gibt einen Monster Truck. Da kannst du aber, glaube ich, nichts mit transportieren. Ich glaube, das geht nicht. Was macht ihr denn da, ihr Hühnchen? Was ist da los im Chat? Die machen hier alle Party. Jetzt die Party aber vorbei. So. Wir fahren wieder in die große City rein. Ich finde, das ist eine sehr weite Tuffe. 5000 Flocken. Och, guck mal, wie schön das ist hier, ne? Weißt du, was auch geil wäre, wenn man auch wirklich aussteigen könnte? Man wird hier immer nur von Fahrzeug zu Fahrzeug geportet. Aussteigen würde ich auch richtig fühlen. Guck mal, da unten sind Cannabis-Felder. Toll, haben die das gemacht hier, oder? Da wird noch ein Haus gebaut. So, wir müssen aber weiterfahren, Leute. Wir haben Termindruck hier. Terminaufträge, das wäre auch nochmal eine tolle Sache, ne? Die gibt es, glaube ich, auch nicht. Oder wir sind noch zu Low-Level. Und was noch fehlt ist, es gibt keine... Guck mal, ich blicke übrigens. Es gibt keine... Also, es gibt zwar XP, XP, also Erfahrungspunkte. Flashman, Hallöchen. Aber es gibt keine sinnvolle Möglichkeit, die einzusetzen. Aber man muss auch sagen, es ist halt Early Access, Leute. Es ist und bleibt Early Access. Sag mal, wo müssen wir das denn hier abliefern? Da oben drauf? Nee. Ich glaube nicht, dass wir da... Müssen wir da hochfahren? Das wäre heftig. Das glaube ich nicht, oder? Vielleicht in die Halle reinfahren oder so? Nee, das würde ja ein Abenteuer hier. Wir fahren mal hier hinten durch. Wahrscheinlich ist hier irgendwo der... Ach, da müssen wir hin. Guck mal. Ja, sicher. Tja. So. Professionell wieder abstellen hier das Ding. Sehr gut, so muss das sein. Also, wir gehen mal kurz in die Garage. Ja, man kann hier auch reinfahren, ne? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, mit diesem Gefährt hier rein zu düsen. Ich glaube, wir sollten das nicht ausprobieren, Leute. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Dann gehen auch die Dinger auf. Okay, es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Und später, wenn man so LKWs hat, dann kann man halt hier mit dem Gabelstapler hier das Zeug rausholen. Steine und so weiter und dann hier alles fleißig beladen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist jetzt die Frage. Rücken wir jetzt die Rampe hoch. Das wäre besser gewesen. Wir kommen hier nie wieder raus. Wir kommen hier nie wieder raus. Aber egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Garage. Ich zeige euch mal, was hier für Autos zu sehen sind. So. Also, herzlich willkommen, Leute. Später kannst du damit... Damit kannst du später den Transporter in den LKW fahren. Ey, stimmt. Das würde vielleicht funktionieren. Es gibt auch einen Multiplayer-Modus. Da könnte man das wirklich mal ausprobieren, sowas, ne? Aber gut. So, es gibt ein normales Auto. Ein einziges, das ist das hier. Also, ich bin der Meinung immer noch, manche sagen, das könnte ein BMW sein. Ich vermute, es ist ein Audi tatsächlich. Was sagt ihr, Leute? Audi oder BMW? Schreibt es mal in den Chat rein, Leute. Was ist das für eine Karre? Audi, oder? Ich denke auch, das ist ein Audi. Auf jeden Fall. Audi A5, Audi A7, VW? VW? Die Front ist nicht BMW-ig genug. Ja, das sieht auch schon so ein bisschen die Lichter sind. Erinnern sehr stark an Audi, auf jeden Fall. Auch hinten das Heck. Es wird ein Audi sein. Es ist auf jeden Fall ein dicker Audi. Das ist, glaube ich, ein Privatfahrzeug. Hat 4x4-Antrieb. Spricht auch für Audi. Wahrscheinlich eher S-Variante. Eventuell, weiß ich nicht. Wie viel PS hat das Ding? 340 HP. Ich kenne jetzt die Umrechnung nicht. Zu PS. Kostet 109.000. Damit kann man hier nichts machen. Ich habe Hunger. Mirko, guten Appetit. Dann gibt es Pickups. Zwei verschiedene. Es gibt einmal diesen hier. Diesen wunderschönen. Und diesen. Dann haben wir Minivans. Das ist übrigens unser erstes Auto. Das haben wir schon mal gekauft. Ein HP ist gleich ein... Ach so, ein PS. Ehrlich? Ist das so krass? So. Das ist unser erstes Auto gewesen. In Twitch-Farben. Jetzt haben wir abgegradet. Ach so, dann gibt es noch diesen hier. Das ist auch so ein Minivan. Wir haben uns einen Lieferwagen besorgt. Nicht diesen hier. Nein. Wir haben den teuren genommen. Das ist ein Ford wahrscheinlich. Wir haben den hier genommen. Farbe kannst du komplett ändern. Haben wir auch gemacht. Darum sehen die bei uns alle so schön aus. Die Wagen. Dann haben wir hier die Britschenwagen. Ich glaube auch zwei Stück. Einen großen und einen kleinen. Das ist auch ein Ford, wie es aussieht. Und das könnte... Wahrscheinlich ist das VW, oder? Das sieht mir sehr nach VW aus, ehrlich gesagt. Hier, der hat so diese großen, runden Augen, sag ich mal. Das wird ein VW sein. Dann haben wir einen starren LKW. Das heißt, da kriegst du hier die Box hinten nicht ab. Das ist ein Scania. Das scheint lizenziert zu sein hier. Sehr gut. Man kann natürlich auch hier direkt auch ins Fahrzeug springen. Kann sich das hier alles angucken. Die Farben hier, die können wir ändern. Können wir anpassen, wie wir wollen. Dann gibt es auch den hier noch. Der sieht von innen fast genauso aus. Alter, was ist das denn? Ein Kipper oder sowas. Ein starrer Kipper. Eieiei, das würde natürlich auch mal Sinn machen, damit mal rumzudüsen. Ja, 139.000, das kostet schon eine Nummer. So, die beiden gibt es starre LKWs und dann gibt es noch so Sattelschlepper. Da haben wir einmal den hier. Das ist absolut No Name, aber gar kein Kennzeichen. Wahrscheinlich Mercedes oder was. Hier haben wir noch einen Scania, einen Sattelschlepper. Und hier haben wir sogar noch einen dritten, MAN. Und wir haben auch noch einen vierten. Junge, keine Ahnung. Gibt es die Marke wirklich? Simular Games? Ich glaube nicht. Da können wir mal reingehen. Also hier ist natürlich Platz, ne? Da hast du einen halben Wohnwagen hier, Leute. Was für eine Einrichtung. Das ist natürlich schön, ne? Volvo könnte das gewesen sein. Ah, okay, okay. Das ist ein Freightliner. Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und da gibt es auch andere Fahrzeuge. Monster Truck, ne? Monster Truck braucht man natürlich immer. Braucht man natürlich immer. Wird wahrscheinlich relativ schwierig werden, hier was aufzuladen. Das sind so Spaßobjekte wahrscheinlich einfach, ne? Dann haben wir hier noch Gabi-Stapler. Da kann man direkt reinspringen und fahren. Die kann man nicht kaufen. Oh, guck mal. Das ist schon etwas größer, ne? Junge, Container. Kralle oder sowas. Ja, das ist natürlich, uff. Also wenn wir mit diesem Ding hier, mit diesem, was ist das? Schaufelbagger, äh, was weiß ich was? Bulldozer Verschnitt. Wenn wir damit... Diesen LKW beladen müssen wir dann, gute Nacht, Leute. Also da bin ich aber wirklich mal gespannt, ne? Das ist natürlich... Ha! Das dauert dann mal einen Moment, glaube ich. So, das waren alle Fahrzeuge. Mehr gibt es nicht, ne? Man kann hier oben noch die Verkehrsdichte einstellen. Wenn man ein bisschen mehr Verkehr mag, kann man hochstellen. Wenn man ein bisschen weniger mag, kann man runterstellen. Denn ich habe mich jetzt noch für so ein Mittelmaß entschieden. Ich habe mich für ein Mittelmaß entschieden. So, Leute. Wir steigen aber wieder ein in unseren professionellen Lieferwagen. In unser MAN. Farbe ändern wir nicht. Ne, der ist fertig konfiguriert. Der bleibt so, wie er ist. So. Wir nehmen den nächsten Auftrag an, Freunde. Das Ding ist halt, sobald du in der Garage bist, bist du irgendwo sponsorisch am Arsch der Heim. Alter, ich weiß auch nicht, wo wir hier sind. So, wir gehen mal rein wieder. So, Motor ist an. Darf man hier eigentlich geradeaus drüber fahren? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube schon. Ja, natürlich. So, wir haben nämlich vorne rechts irgendwo einen Auftrag. Es gibt auch keine globale Auftragsübersicht oder sowas. Man muss wirklich immer direkt hinfahren und gucken, was sie gerade da im Angebot haben. Also, da ist noch viel Luft. Da ist auch viel Luft, die unausgefüllt ist, die noch gefüllt werden müsste mit Content. Aber es macht sich langsam, ne? Am Anfang war das wohl so katastrophal, dieses Spiel, dass du noch nicht mal richtig lenken konntest. Inzwischen geht's ganz gut von der Hand. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Okay. Also, Freunde. Oh, ich sehe einen 7600 Auftrag. Ja, das müsst ihr ja natürlich machen, ne? Das ist klar. Einen wunderschönen guten Morgen in alle Lassierer. In die Werkstatt fahren? Ich glaube nicht, dass wir, äh, dass unser Auto beschädigt ist, ehrlich gesagt. Wir können es mal machen. Können wir kurz in die Werkstatt fahren. Ich glaube aber nicht, dass wir hier... Oh, mein Gott. Ja, jetzt haben wir vielleicht eine Beschädigung. Jetzt haben wir vielleicht eine Beschädigung. Also, ich habe mir das Spiel nur auch gekauft. Bin gespannt. Sandro, viel, viel Spaß. Wenn es kacke ist, gibt mir nicht die Schuld, ne? Ich habe dich nicht gezwungen dazu. So. Wenn es dir gefällt, umso besser. Neuer TÜV, äh, gut. Das könnte man natürlich drüber nachdenken. Ich fahre mal in die Werkstatt kurz. Natürlich, du hast mich beeinflusst. Wie bitte? Ich übernehme hier keine Gewährleistung unter Garantien für etwaige aufkommende Langeweile, die eventuell... So. Also. Reparieren. Dann gucken wir noch mal. Ach, jetzt ist das schon repariert, oder was? Ist das kostenlos reparieren? Ja, es ist halt ein Early Access, Leute. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber... Die Jungs und Mädels sind wahrscheinlich dran. Darf man hier auch rausfahren eigentlich? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Komm, wir fahren hier mal durch. Wo tanke ich überhaupt die LKW? Passen die hier drunter? Unter dieses heftige Dach? Wer zu sagen... Wo ist denn hier die Ausfahrt? Sag mal, ach, hier. Da geht's raus. Ja, da sicher. Packt ihr hier alles zu, oder was? So, wir müssen hier auf jeden Fall rum. Hier, warte mal. Wir lassen hier mal ein bisschen durch. Ja, Kreisverkehr, ne? So, jetzt durchfahren. Okay, okay, okay. Alles ist gut, alles ist gut. Wieder da, Chandra. Herzlich willkommen zurück. Da ist sie der alte Influencer, ja? Die Betonung liegt auf jeden Fall auf alt. Okay, aber wir nehmen den Auftrag. Den 7000er Auftrag, den lassen wir uns nicht entgehen, Freunde. Wollen wir Licht anmachen hier? Okay, nice. So, was nehmen wir hier? Wo ist denn der? Ah, der ist noch... Oh, jetzt haben wir zwei 7000er Aufträge. Was ist denn hier los? Ah, nee, doch nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Nein, der 7000er Auftrag ist weg. Oh mein Gott. Warum das denn? Ja, das ist jetzt natürlich unglücklich. Ich danke, XM2. Danke schön, dass du gesagt hast, ich soll in die Werkstatt fahren. Jetzt der Auftrag weg. Scheiße. Dann nehmen wir den. Wie ist denn das eigentlich? Wenn wir jetzt nochmal ranfahren, haben wir dann wieder einen neuen Auftrag eventuell? Wir testen das mal, ne? Wir testen das hier. Auf Herz und Nieren. Ja. Nee. Oder? Sind das andere Aufträge jetzt? Ich glaube, das sind wieder komplett andere Aufträge, ne? Ich bin mir nicht sicher. Oldie, viel, viel Dank für den Follow. Hallöchen. Guten Morgen. Wie geht's? Wie steht's? Sind immer andere. Okay, alles klar. Also, das ist auch noch ein bisschen randomisiert. Alter, was ist denn da gerade runtergeplumpst? Was war das denn? Der Anhänger ist, glaube ich, vom Himmel gefallen. Oh mein Gott. So, Licht anmachen. So. Einmal schön reinpiksen hier in den Rettich. So, mach mal auf. Warum ist denn das Ding eigentlich zu? Leute. Ich glaube, das ist buggy gerade, oder? Kann das sein? Was machen wir denn jetzt? Irgendwas funktioniert hier nicht? Ist das die falsche Seite? Nee, das ist schon die richtige Seite. Wir versuchen das mal runterzuschütteln irgendwie. Ja, da geht's schon los, ne? Ersten Bug gefunden, Leute. Der erste Bug nach sechs Spielstunden. Wir haben nur Pech. Kann man die Tag- und Nachtwechsel ausstellen? Ich weiß es nicht genau. Er ist das Auto. Ah, okay, 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 okay. Das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das könnte es erklären. So, machen wir das mal. So, wir nehmen mal den hier mit. Das könnte natürlich wirklich sein. Der Ascania 1. Vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Und Black Panther ist auch am Stil. Moin. Du sollst nur den Transporter benutzen. Nee, nee, ich muss beides nehmen auf jeden Fall. Wir waren schon drin hier mit dem Lörris, ne? Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist nichts passiert. Alles ist gut. Keiner hat es gesehen. Ei, 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 ei. Oh, im Himmels Willen. Nico, danke für den Follow. Hallöchen. Alter Verwalter. Guck mal, Laris haut auch nochmal von Raus. Dankeschön. Junge, Junge, Junge. Ja, das war die neue Streamer-Ausrüstung für Lasi. Übrigens alle, die meine Streamer-Ausrüstung sehen wollen. Ähm. Unter dem Panel ist ein Hardware-Knopf, da findet ihr alles aufgelistet. Ohne Affiliate-Links. Ihr könnt einfach draufklicken. Ich verdiene da nichts dran. Manche verlinken ja ihr gesamtes Equipment bei Amazon oder so. So. Das Ding ist drin. Junge, Junge, Junge. Das ist aber... Das war aber schon grenzwertig, ne? Das war aber schon grenzwertig gerade. Und jetzt rein. Na, komm. Komm schon. Das müsste doch passen. Ne, das passt nicht. Ich setze nochmal kurz zurück. Eieiei, ich stelle mich auch an wie der erste Mensch. Als ob ich noch nie im Gabi-Stapler saß. Eieiei, das darfst du keinem erzählen. Oh, ich hoffe, das fällt nicht wieder runter, das Dingens. Ganz harte, ganz ruhig. Oh, runter. Ja, wir müssen noch näher ran, Leute. Eieiei, und jetzt, guck mal, jetzt geht hier der Tatsache die Schublade auf. Ihr habt recht gehabt. Richtig gut. Richtig gut. Also, dann nehmen wir mal hier diese Palette wieder hier, diese wunderschöne. So, jetzt schummeln wir mal ein bisschen. Wir gucken von oben drauf. Ah, die sitzt aber auch nicht so richtig, ne? Das ist schon... Oh, 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 oh. Die ist nur halb drauf gestapelt. Es wird schon gehen, ne? Es wird, glaube ich, ich glaube, das geht schon. So, kleine Chicago-Wende hier vorne. Ist das so korrekt? Ich glaube, ja. So, schnell rausfahren. Eieiei, ich bin froh, dass er die Fracht selber vernünftig zurechtschiebt. In Cognito, Kumpel. So früh. Urlaub, oder? Ach nee, krankgeschrieben, stimmt. Eieiei, wie geht's dir? Geht's bergauf bei dir, mein Lieber? Eieiei, schön, dass du reinguckst. Kannst du nicht mehr schlafen. Wie sieht's aus, mein Lieber? Oh, incognito. Ebenaliger Stammzuschauer. Einer der Besten. Er war so lange hier. Er hat sogar VIP bekommen. Aber dann habe ich meine Streaming-Zeiten geändert. Ich war früher, weil ich so ein Abend-Streamer, so Nachmittags- und Abend-Streamer. Und seit Corona stream ich eigentlich nur noch... Wo ist das Licht hier? Ziemlich eigentlich vornehmlich am Morgen von 7 bis 9 Uhr. Hey Leute, wir brauchen hier ewig lange. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt noch, hier diese Fracht abzuliefern. Ich muss gleich arbeiten, Freunde. So, gehen wir mal hier rein. So, Rückfahrkamera ist aktiv. Oh, sehr schön. Alter, passt ja hier perfekt, ne? Das haben wir ja richtig gut hier. So, ankoppeln. Haben wir gemacht. Und dann fahren wir los jetzt. Wo müssen wir hin? Ich war immer hier. Ja, das stimmt. Immer. Na, naja. Zeiten ändern sich halt, ne? Es ist hart. Ich weiß. Ich weiß. Ja, incognito. Weißt du noch damals? Das waren noch Zeiten. Junge, Junge, Junge. Da war es hier noch richtig leer, ne? Da war es noch richtig leer. Was sich alles in diesen anderthalb Jahren verändert hat, oder? Incognito. Oder ein Jahr ist es jetzt her, oder? Seit einem Jahr mache ich diese Morning Streams. Naja. Umgezogen bin ich inzwischen. Ich bin alt geworden. Es ist viel passiert in der kurzen Zeit. Hallo, Naxi. Äh, 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 äh. Ich kann gar nicht richtig lesen hier. Naxi, jo, grüße ich. So, jetzt habe ich es aber. Hallöchen, moin. So, dann gucken wir mal. Wir müssen hier auf jeden Fall rechnen es rum. Wir haben eine rote Ampel. Kann auch sein, dass der Dude hinter uns uns gleich hier die Vorfahrt klaut. Also bei der KI, der weiß man nie, ne? Das ist immer sehr, sehr gefährlich. wir fahren weiter wir müssen jetzt hier die nächste links abbiegen ich wächst schon mal rüber blinker ist gesetzt leute jemand bemerkenswert in dem spiel ist dass die ampelphasen sehr sehr kurz sind wenn man muss nie lange warten nachteil ist natürlich dass die ampel meistens auch rot sind wenn man ankommt also muss eigentlich immer kurz anhalten zunge raus dann geht es einfacher zu sprechen ja das kann ich nicht machen du willst doch nur meine epische zunge sehen bitte meine zunge streicheln okay leute nächste müssen wir rechts rum wir müssen durch die bürge wie es aussieht oder wir müssen spur wechseln ober gott ist da noch einer ja es wird grün ich bin schon mal ein bisschen anlauf genommen der biegt ab die blinkt nicht die ki die blinkt einfach nicht was mit der ki nicht richtig okay wir müssen auf die autobahn drauf leute das war gefährlich gewesen hier oh stau was ist denn da los hallo es ist doch alles frei fahren jetzt steht der nächste da rum ich habe keine zeit ich muss zur arbeit gibt gast da jetzt hier ja die warten alle da ist auch gar nichts los die strafen sind eigentlich relativ leer war vorbei da kannst du nicht einfach vorbeifahren das ist verboten das ist eine einsprungige sache dass die rettungsgasse wir wollen ja hier auch nichts verstopfen der fall wirklich mal irgendwann krankenwagen kommt ja der konnte nichts dafür ne der hat hier nicht oh mein gott der war das hier das war der lümmel ich denke ich seid ihr eigentlich nachtragender autofahrer fährt von euch jemand auto es gibt ja so autofahrer weißt du also ich bin nicht so einer aber es gibt ja autofahrer zum beispiel man fährt auf der linken spur wenn man jemanden überholt oder kommt von hinten so richtig heftiger schneller irgendwas an was lichthupe was versucht sich mit der lichthupe so wegzudrücken und so aus dem weg zu räumen und dann gibt es leute die sind aber mega nachtragender die lassen den dann vorbei oder blockieren extra lange und wenn die den vorbeilassen da fahren die meistens dann auch richtig schnell hinterher versuchen den zu überholen und den dann selbst auszubremsen also noch mal und also es gibt verrückte leute da draußen wenn ihr auf der straße seid bleibt vorsichtig und entspannt ne junge 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 es gibt richtige richtige meier da draußen brauchen wir sind ja unter bin nachtragender lkw fahrer meine rupe ist der beste freund ja 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 sie noch ganz eine ganz schlechte eigenschaft lkw fahrer auch noch wenn ich auf der spur genötigt wurde oder werde weil ich jetzt erst recht nicht aus das sind das sind die schlimmsten lasst doch die idioten einfach kurz vorbei macht euch schöne tolle musik an bekommt gute laune das bringt doch nichts das ist ja das wird ja irgendwann eskaliert das noch es wird ja gefährlich also ich will nicht sagen dass ich ein entspannter autofahrer bin auf der autobahn schon aber in der city da habe ich manchmal das gefühl ich bin der einzige der auto fahren kann oder wie die auch aber wirklich fahren in der stadt furchtbar ich bin nachtragend allerdings nicht mehr auf der linken seite leute wenn ihr mich irgendwann nötig ne und da noch nachtragend sei dann werden wir keine freunde seht euch einfach vor ich sitze in dem auto und seid einfach freundlich seid nett zu den leuten da draußen das sind leute wie du und ich stellen wir vor der senok und der unter eischwald kriegen sich in die wolle wenn sie beide nachtragende sind beim autofahren natürlich schwierig dann im chat sind sie im chat sind sie best friends und auf der straße da geht es dann bis aufs messer in der ruhe liegt die kraft sagt wozu das hast du schön ausgedrückt den rest regiert der staatsanwalt ja auch okay den zusatz habe ich noch nicht gelesen beim ersten mal er ist doch so es bringt doch nichts man muss entspannt bleiben außer in der stadt in der stadt werde ich bin jemand der meckert viel beim autofahren aber gut das ist noch eine andere geschichte im auto bin ich choleriker weiß ich warum das so ist dass er weckt bei mir irgendwelche urinstinkte im auto wenn mir da irgendwas auf den sack geht ich schrei die alle an aber ich bedränge die leute dann nicht kurz vorbei wenn der lkw fahrer überholen will und von hinten kommt ein blinklicht mit hupe da frage ich mich manchmal was glaubt er was so ein lkw in höchstgeschwindigkeit haben sollte ja gut ja naja im auto ist hat jeder so sein ist es halt das königreich eines jeden mannes und einer jeden frau da lässt man sich ungern bedrängen oder 30 sollte schon geben für so ein lkw ja aber auch 130 jetzt auf jeden fall überall tempo limit hier kannst du nicht unendlich schnell fahren ich frage mich wenn wir irgendwann uns diesen audi holen wie schnell denn wirklich werden kann das kann natürlich sein dass das die übelste maschine ist leute das weiß ich nicht das kann ich hier leider nicht sagen habe ich gerade keine einsicht aber mit 350 ps müsste der audi ganz schön abziehen das lenker zittert ganz schön ja gut das ist der controller ein bisschen dicht das ist sehr schwierig den gerade zu halten aber ich bin auch mein gott wo soll ach guck mal der wartet hier mal zur abwechslung das ist sehr schön hier müssen wir runter er hat wieder nicht geblinkt das geht mir auch auf den sack wenn die leute nicht blinken wie sieht es aus ja okay der fährt sehr gut sehr gut sehr gut ja ja ganz da nichts machen steckt ja nicht drin ich war mal opfer von zwei rübeln die sich nicht benehmen konnte als unbeteiligter dritter kenne ich bei sowas keine gnade mehr besonders wenn man kinder dabei hat ja aber was willst du denn machen muss so kennzeichen aufschreiben aber du kannst ja gerade wenn du kinder am auto hast dann ich bief auf der straße anfangen das geht auch nicht ich blinke immer also der blinker den seht ihr hier unten in der mitte auf dem panel da sieht man vielleicht manchmal schlechter als lenkrad davor ist gut wir sind am ziehort angekommen wir sind wieder irgendwo der küste wir sind wirklich an der küste guck dir das an ist das nicht schön das weite noch offene offene mehr kommen wir denn jetzt hier auf das gelände drauf eigentlich leute wo sie das an der nordsee aus würde ich sagen kommen wir denn da jetzt hin das über hier wäre offen oder du fährst mir jetzt hier nicht rein weiter was machst du denn so was auch wenn wir fahren hier ach guck mal was haben wir denn da los doch online da die man den hund verloren so sehr gut sehr gut sehr gut so hier da vorne da müssen wir ihn damit einen anhänger abliefern nicht über den rasen weil welcher rasen ich weiß gar nicht wer zu meint so zack mieter noch perfekt wie viel kohle haben wir denn jetzt wir haben 49.000 ich oder wird das jetzt noch zugerechnet 49.000 flocken das dauert noch ist auch noch ich glaube der günstigste ecker wie kostet 53.000 eventuell werden wir das nach ostern erreichen morgen machen wir den letzten stream übrigens die leider letzten stream in meinem ganzen leben also zumindestens vor ostern da bin ich komplett gar nicht da wie gesagt wir haben ganz viel besuch das heißt am freitag bin ich weg am samstag bin ich weg am sonntag bin ich weg am montag bin ich auch nicht da am dienstag geht es dann weiter morgen der letzte stream von 9 bis 7 uhr könnt alle einschalten wir spielen aber nicht dieses spiel wir spielen ein anderes spiel wir spielen koop mit meinem guten kumpel blatt marine aus dem team leider geil ausrufezeichen team wir spielen super bugs awaken kennen